So, hier ist dein Grug. Ja. Ist das auch nicht verpanscht? Hör doch mal, Mensch, beim Stammgast, Käppen. Was Käppen sind sie? Ach du meine Güte. Ich habe einen Ehemann, auch der ist Kapitän in der Industrie. Ich glaube, es ist Mangan oder so. Naja, was soll's? Zu Hause, da ist der Schizophren. Wenn ich ihm sage, ich brauch ein bisschen Liebe, dann geht er hin und kauft mir ein Klavier. Oder so. Naja, was soll's? Ich kann ja nicht mal spielen. Wie finden Sie denn das? Was, ich? Bescheiden finde ich das. Dann habe ich noch einen Hausfreund. Auch der ist Kapitän in nem Sportverein. Die spielen mit einem Ball oder so. Naja, was soll's? Im Training, da steht der seinen Mann. Doch wenn er zu mir kommt, da ist er immer müde. Dann kommt er an, legt sich auf meinen Schoß. Wie finden Sie denn das? Na ja, drauf trinken wir ein Glas. Bei mir zu Hause ist Partytime. Die reden nur von Geld, sitzen dämlich rum. Die Damen mimen Steif. Oder so. Naja, was soll's? Man wird ja auch nicht jünger. Wie finden Sie denn das? Ich mein, auch älter sein macht Spaß. Ach, weißt du, ich hab da so meine Erfahrung. Alte schützt vor Torheit nicht, sagen oft zu mir die Leute. Doch so jung wie einst im Mai Fühle ich mich auch noch heute. Jeder Tag, der froh beginnt, hat uns noch so viel zu geben. Seid nicht dumm und nützt die Zeit. Lasst uns trinken auf das Leben. Auch der Herbst hat goldene Tage. Auch im Herbst reicht goldener Wein. Und müsst' ich von vorn beginnen, würde gar nichts anders sein. Alter schützt vor Torheit nicht, sagen oft zu mir die Leute. Doch so jung wie einst im Mai Fühle ich mich auch noch heute. Jeder Tag, der froh beginnt, hat uns noch so viel zu geben. Seid nicht dumm und nützt die Zeit. Lasst uns trinken auf das Leben. Prost! 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 Vielen Dank.